Hey du, ja genau du, das hier ist ein Ort, wo du dich wie zuhause fühlst, dann bist du bei uns genau richtig. Du hilfst unseren Kundinnen und Kunden bei der Suche nach unseren Medien wie Bücher, CDs, DVDs, Konsolenspiele und Zeitschriften und sorgst dafür, dass sie stets an der richtigen Stelle zu finden sind. Du bist Ansprechpartner für Anmeldung, Rückgabe und Ausleihe und lässt deine Kreativität in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und Veranstaltungen mit einfließen. Musik Jeder ist Teil von vielen Geschichten. Lass uns deine gemeinsam weiterschreiben. Sei du selbst und werde FAMI. Lass dich in Medien, Informationsdiensten, Fachrichtung, Bibliothek bei uns ausbilden. Mein Name ist Stefan Welz und ich bin Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Aufgaben bei uns in der Stadtverwaltung sind so spannend und vielfältig wie das Leben. Wir brauchen Menschen, die sich mit ihren Stärken einbringen und Böblingen aktiv mitgestalten. Werde auch du Teil unseres Teams. Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung. Musik Musik Musik